Ich komme morgens um sechs hier rein und dann geht's los. Also spätestens fünf nach sechs ist Action. Ich bin die Renate und bin Filialleitung. Also ich bin zu Lidl gekommen, nachdem ich zwölf Jahre daheim war als Mami und Hausfrau und habe mich dann als GfB beworben. Also der Werdegang funktioniert definitiv. Du kannst als kleiner GfBler anfangen und dann Filialleitung machen. Das kann ich sagen. Diese Filiale ist vom Miteinander untereinander richtig gut. Lidl muss man können.